Sehr schön, sie sind ganz auf meinen Geschmack, mir sagt er. Denn dann teile ich nur mal ein bisschen über Blockkarten mit ihnen. Blockkarten gehören zu den seltensten aller Blöcke. Sie sind süß, sie sind knöpfig, ich brauche sie als Aushäng gestellt. Es gibt 15 von ihnen, sie sind überall Pisskönigreifenstreut. Mhm, wo sie sind? Sehr, sie stecken in Monstern. Das bringt mich in eine nössliche Lage, ich will sie haben, aber ich bin kein Kämpfer Natur. Warum stecken meine Blockkatzen nur Monster? Wie man sie rausgebrochen muss, man muss sie halt raussaugen, das ist alles. Woher hat er jetzt wieder den Vakuumblock? Und warum kriegt er jetzt auch immer so viele Blockkatzen? Okay. Ihr seht, wir holen uns die Blockdogge und dieses Bekleidungsstück. Also, fang ich jetzt schon mal an. Wir sehen uns im Kabelstrand wieder, süßleicht. Okay. Ähm, jetzt habe ich vergessen, bis zum Dings runterzulaufen, aber egal. Geht ja eh schnell. Ähm. Oh, da ist noch ein Block. 50 Münzen, hey. Also, Info, wenn wir die Blockdogge haben, haben wir schon insgesamt die stärkste Speziellattacke von Bowser. Aber ich habe sie noch nicht gekriegt. War mein erster Versuch, deswegen versuche ich sie jetzt in meinem Let's Play zu kriegen. So, das hier würde ich jetzt mal nicht... Das hier würde ich jetzt einfach ganz normal in meinem Let's Play unterbringen. Diese Bäume müssen noch weg. So. Wo sind Gegner? Gegner, Gegner, Gegner. Gegnerchen. Blockkatzen. Ich hätte sie sich doch am Leben lassen sollen. So ein Scheibis. Hm. Hm. Mein Gott. Keine Gegner? Ich müsste aber irgendwo Gegner sein. Ah, da. Schau, schau. Oh, oh. Wenn der Block hier aufleuchtet, dann haben sie Blockkatzen. Na dann, aber in meinem Sinne sind beide tot. Hey, und wir kriegen gleich sogar noch extra Level-Ups fürs Nix-Tun. Okay, langsamer sicher wird's albern. Aber hey, bei diesen Kap-Bäuerchen, da müssten noch welche sein. Glaube ich. Doch, da müssen welche sein. Hier war doch irgendwo das Floß. Ah, ja. Jetzt laufe ich extra zurück nach Kap-Bäuerchen. Ist doch nicht wahr. Mein Gott. Na dann. Die Monster müssten ja eigentlich alle wieder da sein. Ach, kein Bock jetzt auf die Stadtrote. Komm her. Hat der? Oder die? Ja, haben die. Blockkatze! Nur Erfahrungspunkte. Jetzt können wir ja auch in Bereiche vordringen, die wir vorhin nicht rein konnten. Das werde ich doch mal eben ausnutzen. Haben die Blockkatzen? Ach ja. Ich darf sie ja nicht schlagen, falls sie sterben. Ach ja. Ey, das habe ich jetzt echt. Das bloß, dass sie Blockkatzen haben. Das war wegen dem Loli. Okay. Ich glaube, ich muss sie jedes Mal einsorgen. Na super. Ich weiß leider nicht, wie viel sie hier existieren. Ja, ein Showtime. Das ist auch gut für euch, dass ihr keine Süßigkeiten mehr habt. Naja. 1939 Uhr. Fünf Münzen. gegeben hat dieser Bocktyp soll hier nur ein kippes einer sein aber ich bin mir nicht sicher deswegen klappere ich jetzt mal lieber die ganze Gegend ab du 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 Joachim Showtime blöde Lollis ok ja verschwinde doch oh ja blöde 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 okay wir gut sie lang aha Mein Gott. Komm her. Ne, leider nicht. Ich werde dir mal glauben, hier ist noch ein einziger. Ah ne, hier lang, ne? Also ich will auf jeden Fall Bowser stärkste Spezial-Attacke haben. Auf jeden Fall. Obwohl, wie können wir kurz die Startroute benutzen? Willst du dich teleportieren? Ja, will ich. Kapäuerchen. So. Im Moment. Streitpanzer. Ne, warte mal. Gut. Hab mir einen neuen Panzer geholt. Und zurück zur Schackroute. Schackroute! Ja, ich will mich teleportieren.